Hallo, Willkommen zurück. Ja, das sieht ganz komisch aus, ich weiß, da ist kein Hammer. Das ist merkwürdig. Nein, ich nehme nicht den Lucio. Aber warum nicht? Warum soll ich denn jetzt den Lucio nehmen? Weil sonst die ganze Kumpel nicht klappt. Dann kann ich die Mercy nehmen. Du wolltest doch den Lucio nehmen. Jetzt muss ich wieder den Lucio, ja den kennt er ja schon. Sorry, tut mir leid Leute, man darf hier nicht spielen, was man will. Wir wollen jetzt was schnelleres probieren. Mercy oder Zenyatta wegen dem Schadensboost. Wir wollen ja nicht überleben, wir wollen ja, also wir wollen schon überlegen, aber wir wollen ja sie eher töten. Genau. Wir springen dann einfach direkt unter sie und vernichten sie. Das ist überhaupt eine Karte, wo das funktioniert mit den zweiten Choke-Points. Wo gehen wir lang? Wir gehen einfach am besten. Wir gehen oben lang am besten, oder? Oben lang, oder? Ich hab das vergottet. Oben links und sofort auf die Supports. Die Supports müssen sterben von denen. Ja. Ich warte mit meiner Beschleunigung, bis wir da sind, ne? Ja. Wenn wir oben sind und kurz wollen wir runterspringen, brauchen wir den Speed. So, muss alle warten. Oh Gott! Oh. Dann, jetzt Speed, 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 Speed. Speed und ich bin fast tot. Speed und ich bin fast tot. Die haben wir drei. Äh, wir sitzen bitte. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin oben auf der Mercy. Wir capturen gerade. Mercy tot. Guck mal, die Tansu liegt von Scherz. Den Sprung verfehlt. Zenyatta, was war das denn? Jetzt gibt's was auf die Ohren! Ich schnapp mir doch viel! Die war's raus. Die sind faktisch schon wieder da, Leute. Sehr gut. Ich bin immer noch auf dem Punkt. Stopp! Mach's euch wieder da. Vergiss nicht, du sofort zuerst. In dem Mercy's da. Kannst du mal wieder Healer machen. Mercy, 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 Mercy. Die dürfen's retten. Nice. Flossi ist tot. Reinert? Nice. Reinert ist tot. Sehr schön. Hinten haben wir noch ne Stracer. Aber wir machen die Diva weg. Machen wir erstmal kurz Heilung. Erstmal macht die Diva. Ich bin gerade auf dem Punkt, der im Lift nicht runter. Ey, ja, ich bin auf dem Punkt. Kauen wir bloß in die... ...Punktenraum. Ich hab Ulti mehr. Stopp, wir haben's. Das lief ganz okay. Tobias tot. Tobias tot. Die haben einen Televorteil irgendwo. Ja, und ich hab Ult. Ich brauch mein Ulti. Die Kombo jetzt. Das ist immer noch so gut, wenn wir ne Loni schieben. Wir müssen nur drei Leute draufstehen. Drei Leute ist das Maximale, was du Punkt einnehmen kannst. Ja. Ich bring's auch rein. 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 Links ist er schon mal nicht. Das kann man auch immer noch so spielen, ja. Wir müssen halt nur ein bisschen beweglich bleiben. Und drei, und noch schön auf ihr Feld. Schwester! Stören. So gut wie es geht. Im Prinzip halten wir uns jetzt einfach den Weg, weil das die Feld einfach durchfährt. Ohne Umstände. Große. Ich bring's auch diesen Beat rein. Ich seh hier den pördlichen Teleporter. Immer fest, wir sind rum. Jetzt wird sie tot. Ja. Lebst du noch mal? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wir bleiben weiterhin an der Lore, ne? Oh, ich bin hier mässig, 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 Mässig. Oh, fuck. Ich bin tot. Ich bin an der Lore. Fänkte, mässig, fänkte, mässig. Ich delivers nice. Ich bin念ig durch. Auf Quatsch, rot,liessche rüberge­kriege immer. Ich bin alleine an der Lohre So, drei Leute an die Lohre? Ja, ich bin auch wieder da Gut, Lohre ist da Ena kommt noch mit vor, am besten Habt ihr drei? Na gut Ja Naja, bei euch ist das halt sinnvoll, ne? Einer, der, der... Mach mal kurz Heilung Machen wir kurz vor, sollte eigentlich mit... Egal Ja, aber die sind halt... Das soll... Hast du was, wir sind drei... ...mobile... Achtung, Ferrer von hinten Kommt vielleicht ein Reinhard Habe sie vertrieben Habe sie vertrieben Auch was ein Reaper von der Seite Da wurde ein Reaper ja hier Okay, wo ist der Heino? Hinten Heino? Hinter uns! Ah, er hat mich! Oh, Gefahr hinter uns Fahrer direkt hinter uns Die kommt von der Erschwäge Die Stunde hat geschlagen Hat einer von euch irgendetwas Böses zum töten? Ah nein, ihr seid alle fast tot Komme! Fast Nimm mich mit, Christian, nimm mich mit Oh, du bist doch so oder so schnell Ja, ich bin Gut Ja, ich weiß Ja, voll Ich hab gleich Ultimates Ja Warte, lass uns wieder... Wir müssten wieder gruppen Ja, wir stecken schon Geht zurück Geht zurück Echt mehr viel noch ein bisschen Was seid ihr? Vielleicht krieg ich ja noch ein paar Ultis gesorgt Ich bin krank Ach, ich lege schon wieder Das ist das Problem gerade Ah Ich bin rausgekommen Geil Ne, wir müssen wieder alle zusammen, oder? Ne So, okay Hinter uns Fahrer Hinter uns Fahrer Fahrer, 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 Fahrer Na vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne Na vorne, nach vorne, nach vorne Na vorne, nach vorne, nach vorne Na Sagt mal auch immer an, wenn ihr fast tot seid Dann kann ich euch schilden Ja, ich bin Halbtot Ja, äh Jetzt Heile mich mal, bitte Das ist auch Wir müssen plus stehern Ich bin tot 散 Nein! Ja, der Reaper. Ihr müsst den Reaper bestreiten, der töte die Tanks. Wow! Das ist gut geulted. Ich gucke einfach mal weiter. Oh, Heidi. Aufpassen, Mercy ist in der Seite da drin. Die müssen wir fütten, auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich tot. Oh, ich hab drei Goldmedaillen. Eine davon Eliminierung, was da ist. Reingehen. Sind alle tot. Wie gesagt, ihr, die da vorne schon steht. Nicht reingehen. Ja, ja. Ich poke grad bloß ein bisschen. Ich will zurückclimben. Ich will zurückclimben. Fand ich als Zarya ganz gut, wie ich die Schilder hab. Das Problem ist, wenn du Schaden nimmst, dann kann ich auch die Chargen. Ist das ein Alter? Ja, aber ich lad mich ja auch auf. Ja. Das ist ja höchste Speed. Äh, jetzt. Achtung, Pera wäre er soweit. Ich bin fast tot. Das ist gut. Ich schweine mir raus. Ich musste mich erst heilen. Ja. Dann kommen wir hier um die Ecke rum. Dass wir uns jetzt nicht brauchen lassen. Einfach mal um die Ecke kommen. Ich bin hier oben schon dran. Aber ich bin grad bei 60 Energie. Ja, aber wenn wir Speed haben, dann rennen wir jetzt gleich drauf. Ja. Okay. Speed ist wieder da. Ja, wir können. Dann 3, 2, 1. Go. Speed Bra mach ich, wenn wir unten an die Ecke kommen, ne? Mercy sind. Mercy sind und ausschalten. Auch, passen auf, wo oben kommt Reaper. Hast du noch die Mercy? Nee. Nein. Vom Balkon kommt wahrscheinlich Reaper. Ich hab die Mercy schon. Mercy ist da rechts. Er hat aber keine Ulti. Der tot. Mercy ist am Punkt. Reaper hat mich. Mercy ist tot. Ah, Reaper hat mich auch. Wir müssen ja probieren den Reaper mal raus von dem Feuer. Wenn er uns solche Probleme macht. Was? Wie lange hat man McQueen drin, ohne seine Scheiß-Black-Granate zu benutzen? Da war's wieder. Da war's wieder. Was ist mit dem Reaper, der da noch bei uns? Ah! Falle an die Ecke. Weg vor. Brauchen wir noch nicht. Farrah von hinten. Pass auf. Die ist von vorne. Nein! Ja, unser Reaper ist zurück. Wir können jetzt. Komm schon, wir haben noch 60 Sprint. Unser Reaper ist zurück. Unser Reaper ist zurück. Wir sind hier zu dritt vorne eh schon, ne? Ja, aber wir haben noch einen Dämpfer. Wir haben noch eine Ulti rausgebracht. Wir haben das Ulti rausgebracht. Wir waren gecharged worden. Jetzt wäre der Moment. Wir müssen trotzdem auf den Reaper warten. Okay, Reaper ist da. Reaper, Reaper, Reaper. Ich bin tot. Okay, wir sind tot. Nein, 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 nein. Geht rein! Ich bin aber tot. Probe ist ja. 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 Die Mercy hatte gerade geultet. Ah! Wenn du eine durchhaltet... Ich hab keine Ulti, ne? Bin tot. Heike, Heinun. Ja... Klasse. Das ist mir zu wenig. Ah! Man... Jetzt musst du einfach holen die Overtend zurück. Einfach rein. Einfach rein. Sobald ich da bin, habe ich meinen Ulti. Ah, wir sind zu weit weg. Das wird nichts. Ja. Okay, wir sind gut gekommen. Haben es am Ende gut gemacht. Ja. Sehr gut gemacht. Ich glaube auch, dass wir vielleicht mit der Combo ganz gut subdrushen können und einnehmen, aber wenn wir das Team dann einfach unsere klassische Kombination gewechselt hätten, beim Lorry schieben, wären wir vielleicht... Ne, ist doch nicht. Das glaube ich nicht. Ne? Ne. Das Problem ist, wir waren halt jetzt weg von den Payload und das Beste, um wieder drauf zu rushen, ist halt so ein aggressiver Combo. Mhm. Gerade gegen sowas wie eine Mercy. Ja. Wobei wir vielleicht trotzdem einen Reinhard einfach noch dazu hätten nehmen können. Ja, hätten wir können. Aha! Christian hätte ruhig Reinhard spielen können, ja. Damit wir unsere Schwachstellen mal aus... Was? Nein. Was? Ich glaube, statt dem Winston wäre ein Reinhard besser gewesen. Ich will ja nichts sagen. Aber hatte ich nicht die meisten Gold mit der... Keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Best Singleplayer. Was? Ich war mehr mit Reden beschäftigt als andere. Ihr Gerechtigkeit wird genüge getan, mir. Es wird nur auf mich herumgehakt. Nur gar nicht. Außerdem habe ich die meisten Eliminations auf die meisten abgeschickt. Ich will ja nach Hause. Ach, hast du inzwischen ja. Das mag sein. Objektiv-Skills haben wir gleich viel. Kann sein. Kann ich wieder nicht mit Akku. Weiß ich ja nicht, was du hast. Aber ich glaube wir sind eigentlich nicht so weit von entfernt. Ich habe 18 Kills. Ja. Ich habe 17. 15. Aber die meisten Schaden. Sechs. Geh schon mal hoch aufs Highground. Ich komme mit dir, Lars. Nein! Komm, 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 flieg, flieg, flieg! Schiff, schiff, schiff! Alter, Mati... Schifte dich zu mir! Ist das... You are fucking ernst. Kann den bitte jemand kicken? Kann den bitte jemand kicken? Ich bin da hochgeschiftet und war zu... Und war zu... Kann einer... 1, 2, 3, 2, 1, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8.. Ähm, ich bin quasi sofort da. Ja, ja, bin ja da. Ja, ist ja alles gut. Nee. Nee. So.. Nee! Ich gebärt nicht mehr. So, jetzt mein Gehen. Und wo kommen sie denn? Da ist eine Anna vorne. Die haben.. Die spielen keine Rushes auf jeden Fall. Hier ist ne Tracer hinten. Du musst aufpassen, die Tracer wird bei dir oben Lars, pass auf, die Tracer wird bei dir kommen Ja, ich seh's Oben, rechts sind sie ja Müssen aufpassen, jetzt sind wir ziemlich eingefasst Ich bin tot Was? Was? Die sind hinten drin Tracer, Diva, Mercy Ich bin nicht tot Ich bin ein bisschen Heal Okay Das ist ein bisschen Heal Sehr schön Ich brauch jetzt einen Reinhold Ich hab gleich Ultimis Daneben! Oh, Löcher So viel zu, ich scharste Das ist mir auch schon passiert, hab ich Senjata getroffen Äh, Reaper Super Dann war ich wieder da Ich meinte nicht unseren Wir haben ja gar keinen Das innen drin spielt, aha Nur ein Kratzer, nichts Lebensbedrohliches Diva ist oben rechts Wahrscheinlich wartet die noch auf Mercy oder so Komm zu mal Lad schön seine Ulti an mir auf Ich war noch verstärken Wir müssen aufpassen, dass wir nicht geflankt werden Wir werden das machen Racer von der Seite Diva auch Kriegt aber ein bisschen Ich brauch Leben, ich brauch Leben, ich brauch Leben, ich brauch Leben Wir sind ziemlich weit vorne Aufpassen, die Power links Links oben Power Das wird auseinander gehen Power ist fast tot Jetzt könnt ihr euch nicht mehr treffen Klauer tot Hä? Die Mercy geht noch ein Ding, die Mercy, die Mercy, die Mercy, die Mercy, die sind gang, die sind gang Kack, Diva, die hat mein Ulti absorbiert Ich war doch hinter der Wand Mercy ist tot Als die Diva mich mit der Ulti getötet hat, war ich hinter einer Wand Diva ist irgendwo da oben, Vorsicht, Tracer ist hinter uns Entschuldigung Miefer, Tracer Möckung Mare ist fast tot, aber ich seh sie nicht mehr Ich bin tot, komm gleich wieder Nein Verdammt Und dann auch noch Die 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 rein Ja, der Punkt ist weg Oh, wovon Mathe ist da hier dann? Ich rotze gerade richtig Nee, schafft er nicht Wir kriegen nichts hin Maaah Noch bin ich hier, nicht der Zielpunkt wird angesessen Lasst uns hier, eine Masseheilung verpassen Ja Okay, die haben nicht so viel Zeit Richtig ist Ja, die haben noch zwei Ultis Die haben ziemlich viel benutzt da Hinter uns von hinten Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns Besser Besser Fahrer, über uns Vorsicht Jaaah Nein, nein, nein So Geht zu protest mit Paddles Die sind überall Ihr macht das Ich versuch mal so, die, die, die Planker abzuhalten Als tanken Als auf tanken Wow Wow Ah, Gott, die Justice Das Habt ihr mein Schild wenigstens geholfen, Chris Temp? Äh, weiß ich nicht, ich war zu oft da rüber Das Ist, äh Ein Rest wär jetzt gut Ja, jetzt wär ein Rest gut Wir müssen ein bisschen rumswitchen Ich bin Doppelt Stimmt Kein Leid Irgendwas müsste die Fahrer wegmachen Die, die, die Die ganze Zeit in meinem Rücken Ja Schießt die da ihre Raketen drinnen Sind die Fahrer aus dem Gesichtsproblem? Wenn ich meine Ulti gemacht hab, dann Geht gut ab Nein Nein Was ist denn du? Vor mich gelaufen Ihr gratis 50 Shards Oh Wir müssen jetzt Weil ich der Reinhard bin Ich schilde nun mal Wir müssen uns hier alles weg Von irgendwas gegen die Fahrer Ja Dann nicht Leck mich doch Jedes Mal steht mir ein Reinhard im Weg Entschuldigung Karin und Ergießen wir uns besser? Besser? Ja, Reinhard hat mich gepackt Ja, geil Auch müssen von der Seite kommen Creeper Äh, ich bin tot Ne Ne Keine Chance WTF Fuck Ich glaub der wird nichts gegen die Fahrer Mir stirbt keiner weg Das hat auch keiner Wie der nicht trifft Achso Also hat mir einen guten Fahrer Ach Leute Abgeschlossen Entfacht der Stadt Zwei Zu drei Wie viel Leben hat so eine Fahrer Ich hab die dreimal bei meinem Hangar getroffen Warum gehen die nicht tot? Das ist gut 250 glaube ich Nein 200 Die wurde die ganze Zeit von der Mercy gegen geheilt Ja, aber die hatten nur einen Healer gehabt also Hat scheinbar gereicht Wie die Fahrer hat so auf alle Fälle geheilt Ja genau das Ding Ich hab die Fahrer zu wieder auch getroffen aber die wurde immer hochgeheilt Ja, ja Und wenn ich mich auf Mercy konzentriert habe, ist alles möglich auf die losgegangen Ich hätt wechseln sollen Junkbed war da überhaupt nicht gut gegangen Ja Gut Ähm Ja Ne Hatste ganz gut gemacht Fand ich Schön, dass meine Arbeit geschätzt ist Noch weiter weg von Platin Leute, was ist da los? Ich kann so nicht leben Auf Gold Das geht nicht Ich würde ja sagen, stürze ich aus dem Fenster, aber das bringt ja in deinem Fall nicht viel Ich habe das Gefühl, ich lande sogar auf Silber jetzt 43 Oh krass Lass mich eins spielen, weil ich will jetzt wissen, wie ich lande 2295 Aber der Angriff lief doch gar nicht schlecht Pass mal, ist Mattis jetzt gerankt? Mattis ist jetzt gerankt, ja Ich will auch gern gerankt sein, das heißt eins noch, bitte Ja gut, aber das in der nächsten Folge, bis dahin, ciao Ciao Ciao